Hallo und Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal Emma Wapper ist tot Emma Wapper war ein Schauspieler und mir tut es natürlich schon live mit der Familie und ich hoffe dass die Familie da bin jetzt klar komme ich tot aber das tut mir natürlich auch sehr sehr leid und also ich kenne ihn nicht persönlich aber ich habe gedacht ich mache mal über ein Video um da zu sagen dass er toll ist das weiß ich auch so also das war's mit dem Video wer mich noch nicht kennt mein Name ist Vincent ich bin 18 Jahre alt und mache Vincents und die Welt leben mit 1000 Ohm das war's mit dem Video zieht mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar das war's mit dem Video euer Vincent das war's mit dem Video